Was geht ab meine Friends und Willkommen zu einem weiteren Part dieses Plays zu Pokemon Alpha Saphir Egglock Edition meine Friends Ich bin kurz vor dem Sterben nicht im Spiel sondern im richtigen Leben denn ich bin kurz vor dem Zahnarzt Oh mein Gott und mehr als die Mehrheit wollte dass ihr Hamster Zero seht von daher werdet ihr Hamster Zero sehen Aber Leute von daher wird der Part entweder sehr spät am Abend hochkommen oder am Dienstag Je nachdem ich werde mal gucken ob wir ja ich nehme jetzt gerade am Montag auf Gehe am Montag zum Zahnarzt Und ja ich schaue mir das mal an entweder ich lade ihn am Montag hoch oder am Dienstag je nachdem ich weiß es nicht Deswegen habe ich auch gespeichert im letzten Part ich weiß es nicht doch ich habe die Arellata im letzten Part gemacht das war's Wir haben den Arellata im letzten Part gemacht den Arellata Part genau Tropiusse Tropiusse Und eigentlich kriegen wir noch ein Ei ein Eieiei und ein Eieiei das holen wir uns auf jeden Fall noch Aus unserer Box und wir werden die Attacke Eis kalt ab Und es standen mehrere Challenges in den Kommentaren Leute aber ich hatte noch gar keine Zeit mir das durchzulegen Ich habe es nur immer so grob gescrollt hab noch nicht alles wirklich durchgelesen von daher werde ich auch noch nichts großartig machen Es tut mir leid wie gesagt aber ich will da wohl allen Leuten bloß die Chance geben hier mitzuwirken irgendwie Es gab da Challenges wie Pokémon nach vorne tauschen oder immer tauschen nach jeder Attacke oder sowas das war eine ganz witzige Challenge eigentlich Ja dass jedes Pokémon irgendwie in einem Kampf mal beteiligt sein muss oder sowas finde ich auf jeden Fall mega nice Aber Leute ich wie gesagt ich muss erstmal jetzt hier Ähm bisschen klarkommen ich habe nicht ganz viel Zeit ich muss schon eigentlich Ähm mir die Zähne putzen für den Zahnarzt und dann auch los aber ich wollte auf jeden Fall noch hier Kurz einen Minipart aufnieren damit ich auf jeden Fall von heute Abend was zum schneiden habe und damit ich auch auf jeden Fall ein Part morgens safe bekommt Also auf jeden Fall morgens save Heute vielleicht vielleicht auch am Montag vielleicht aber auch auf jeden Fall was heißt das was heißt... Was heißt das was heißt das was heißt was hat das was heißt was... Das heißt vielleicht save auf jeden Fall dann am Dienstag machen Dragon Stoes Dragon Stoes Und ich habe doch in die Kommentare gehauen das habe ich auch schon grob überflogen das ihr auf jeden Fall ein neues Projekt haben wollt Und das Ding überlebt einfach 2kp, ey Irre Und schreckt zurück von dafür, das war aber ganz gut Ähm, ihr wollt auf jeden Fall ein neues Projekt haben Ähm, das freut mich Auf jeden Fall schon mal Ähm, jetzt grenzen wir das ein bisschen ein, Leute Wollt ihr ein Projekt, wo ich mit euch interagieren kann Das heißt so ein Pokémon Online-Game, oder wollt ihr Einen neuen Fan-Hack Also ein neues Hack-Spiel Das könnt ihr auch mal in die Kommentare Aber ich würde sagen, da schreiben Ein, zwei Leute, ähm, hackt, die anderen schreiben Willst du nicht kämpfen, Junge, äh, was Willst du nicht kämpfen? Ich bin hin, ja Oh ja, das war ein Tarn-Yout-Zoo Ha, ein Tarn-Yout-Zoo Ja, ich weiß, mein Zimmer ist aufgeräumt Psst, da bin ich wieder, Leute Und ich habe Gestern etwas richtig, richtig Chilliges gemacht, was ich mal seit Langer, langer Zeit mal wieder nicht gemacht habe Und zwar ist das Rodeln Ihr kennt es vielleicht, Rodeln Einfach sich einen Schlitten schnappen Oder so eine Plastik-Kommode Und dann einfach mal so einen schönen Berg-Deich Schön runterrasen Das habe ich gestern einfach mal wieder Nach langer, langer Zeit gemacht Mit meiner Freundin Und ich habe da so ein, zwei Videos Die ich wahrscheinlich Jetzt Einblende Jetzt bin ich drin, die Huncho ist bereit Let's go Ja! Und ja, war auf jeden Fall mega chillig, mal wieder im Schnee ein bisschen rumzutollen. Einfach mal wieder Kind sein. Das ist einfach mal was richtig chilliges. Man ist für sowas eigentlich nie zu alt. Deswegen, also wenn man sagt, man ist für sowas zu alt, dann kann man meiner Ansicht nach keinen Spaß ab einfach. Weil das ist einfach, es ist einfach nur witzig, ey. Ob man jetzt klein, jung, alt, sonst was ist. Das spielt eigentlich keine Rolle, meiner Ansicht nach. Deswegen, man sollte einfach das machen, worauf man Bock hat. Und das ist einfach so die Sache dabei gewesen. Deswegen, ich hatte einfach Bock, mir war scheißegal, ob mich Leute sehen und sich denken, was ist das für ein Vogel, der rutscht mit einer Plastiktüte darunter. Und das Matchup ist gerade ein bisschen scheiße. Das gefällt mir gerade gar nicht. Dann muss ich mal kurz switchen auf Cancel, bitch. Ne, das Ding mal eben kaputt klatschen mit seinem Staraptoren Händen. Staraptoren Händen, ja Leute, so heißt das. Bedroher. Vielleicht macht er eine Explosion, ja. Er macht einen Schlammbad, okay. Das wäre sehr effektiv gewesen. Das hätte man nicht gut getankt, auf jeden Fall. Auf unsere gute Dressela. Ich mache mal ein Aeroas, Aeroas, ja. Aeroas. Ja, auf jeden Fall mega chillig. Ihr könnt mal in die Kommentare reinhauen. Habt ihr, oder seid ihr irgendwie... Finale? No, 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 no. Please, please no. Please no, no. Easy, easy. Easy. Du kriegst Staraptor nicht da, mein Freund. Staraptor ist der Boss. Cancel, bitch. Noch ein Smogon. Komm, das kriegst du auch noch den Kentsu. Du bist der Man. Du bist einfach der Man with a plan. Er hat drei Smogon gehabt. Wie einfallsreich der Typ war. Krass. Krass. Ich finde das echt cool. Echt nice, mein Freund. Echt nice. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare und wie gesagt, wer von euch auch draußen bei einem bestimmten Wetter war, einfach mal, was heißt schönes Wetter, aber bei diesem einzigartigen Wetter. Schnee liegt nicht alle Tage, Leute. Und der Schnee ist nicht alle Tage mal da die ganze Zeit und am Wochenende. Das muss man meiner Ansicht nach genießen. Von daher haut einmal in die Kommentare rein. Neh, mich würde das auf jeden Fall interessieren. Auf jeden Fall muss ich noch, ja, auf jeden Fall noch die Kommentare vom letzten Part durchknallen. Und die Kommentare von diesem Part. Das heißt, es wird eine lange Nacht. Mach ich noch einen Kampf? Einen Kampf mach ich noch, glaube ich. Einen Kampf mach ich noch. Ähm, meine guten M. Gänger, Gänger, öh. Und falls ich die Hamza-Backen gleich habe, naja, ich will keine Hamza-Backen haben, ich will wahrscheinlich einfach nur so sitzen gleich. Ungefähr so will das wohl aussehen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe selber Angst. Wenn ich irgendwie ein Stelt sein soll und der Zahn hat irgendwie ausgerutscht ist und mir vielleicht ein Zahn... Zahn da irgendwie ins Ohr reingehauen hat, dann... weiß ich auch nicht. Milotik. Milotik ist stark. Aber... Boah, ich bin ganz sicher. Bin gar nicht sicher. Reichen da zwei Spukbälle aus bei dem Special War Monster? Ich glaube nicht. Ne. Niemals. Das langt nicht. Das langt nicht. Das langt nicht, Leute. Verdammte Kacke. Verdammte Kacke. Egal. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Außer man macht gleich ein Easy Peasy Crit oder sowas. Ackerwelle. Shit. Müssen switcheln. Auf... Da haben wir sie. Genesung. Oh, Junge. Dein Ernst. Was soll das, Junge? Das ist doch total unnötig gerade. War ein Zauberblatt einfach mal. Obwohl eigentlich unsere Feenattacke mehr Damage gemacht hätte durch den Step. Ich wollte gerade sagen, das war nämlich ein Crit. Ackerwelle macht nicht so viel, oder? Oh, es geht. Es geht. Es geht. Wir machen mal Säulestimme. Bam. Okay, das macht auch nichts. Ackerwelle. Komm. Jetzt nicht Critten oder Verwirrung. Oh, Junge. Wie viel Damage macht die all dir denn? Das ist krass. Durch den scheiß Regen wahrscheinlich. Black Pearl. Drachenstoß. Oh, das Ding ist aber... Oh, Mann. Oh, ich will das Ding besiegen, ey. Ich mache mal Sarah Hülmann einfach. Komm. Sarah Hülmann zeigen mir, was du drauf hast. Show me what you got, bitch! Und ich muss den Park gleich beenden, Leute. Ich kann nicht mehr länger. Ich muss jetzt wirklich gleich los. Gigasauger. Ist eine gute Wahl, glaube ich, dagegen. Ja, ist ganz in Ordnung. Machen wir erstmal Zauberblatt. War wir als erstes Angreifen. Das trifft zu 100%. Von daher easy. Das ist in Ordnung. Windhose. Lass den Wind in deiner Hose gefertigt, Mann! Das geht ja nicht klar hier bei dir. Was bist du für ein komisches Monster? Gigadrain. Und das ist der Kill! Und da, meine Freunde, verabschiede ich mich jetzt schon. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Hi, Leute. Mein Name ist Zero. Und falls ihr es erkennen könnt. Ich habe vergessen, mein Mikrofon anzuschalten. Hammernice. Hammernice. Oh mein Gott, das regt mich gerade richtig auf. Tschüss. Oh Mann, oh Leute. Ich habe da fröhlich weiter kommentiert. Und dann sowas. Das regt mich richtig auf. Ich habe den ganzen Part aufgenommen danach noch. Und der ist auch unkommentiert. Äh. Ich hasse mich gerade. Ich hasse mich gerade dafür. Wisst ihr? Alles aufgenommen. Ganz schnell aufgenommen. Äh. Dein Mikrofon ist gar nicht an. Hammernice. Geil. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ciao. Es tut mir leid. Ich habe sie. Ciao. Weil ich eine andereätigung war. Vielen Dank.